Jetzt lassen wir uns kurz das Thema wechseln. Nach Lech hat ja die Gemeinde der Mülso für zweijährige Bausperre für Investoren-Modelle beschlossen. Kriegen Sie, wie man es aus anderen Gemeinden oft hörte, auch wöchentlich oder verstärklich Anrufe aus dem Ausland oder auch aus dem Land von Menschen, die gerne einen Zweitwohnsitz in der Mülso hätten oder sicher Hüsle bauen würden oder Ferien-Domizil? Es ist halt so, die Situation ist in jeder Gemeinde ein bisschen anders. Ich darf nur ganz kurz sagen, bei uns ist 1976 der Flächenwidmungsplan entstanden. Man hat damals im Sinne der Raumplanung Baumischgebiet gewidmet im Bereich Ober der Mülso in einem relativ großen Rahmen, weil niemand natürlich die Problematik als solches gesehen hat. Seit der Skiverbindung hat der Mülso natürlich eine gewisse Attraktivität gekriegt und ist natürlich von Bauträgern entdeckt worden. Und die gehen natürlich auch nicht, wie steuerer Modell ist, vielleicht auch der Fallschussdruck. Die bauen ja nicht ein Hotel, das ist ja als Hotel betrieben, sondern die Lanz zwar offiziell schon als Hotel genehmigen, aber es wird durchparifiziert und im Endeffekt für die Gemeinde ein Riesenproblem, das zu kontrollieren, dass die Nutzung richtig ist. Und vor allem, man muss ja daran denken, die Baupreisgondrufe, die Versorgung, Trinkwasserversorgung, auch was entsorgen zu Spitzenzeiten, auch die Eigentümerstrukturen über mehrere Jahre hinweg gesehen, was am Anfang noch ein Segen sieht, kann sich nach 10, 15 Jahren, wenn es um neue Investitionen geht, auch ein Fluch werden. Und gerade aus dem Tirol gibt es sehr viele Erfahrungen, wie so etwas schief geht. Welche Rolle hat denn da das Projekt Alpenstolz bei dieser Entscheidung gespielt? Das Problem ist ja durch die bestehenden Widmungen, wie geht man mit Bestandswidmungen um? Die Gemeinde, wenn sie eine Rückwidmung vornimmt, dann kommt man in Haftung in. Das heißt, wir müssen ja eigentlich die Differenz dem jeweiligen erstatten und das ist ja nicht möglich. Und dadurch haben wir, da war natürlich Lechernvorreiter, diese Chance gesehen und Hennu ist natürlich entschieden, das durchzuführen, auch als Hilferuf an die Landesregierung. Es muss dringend im Raumplangesetz eine Änderung hier, weil einfach die Gemeinden so ausverkauft werden. Und da reden wir jetzt nicht vor irgendeinem Deutscher, einem Holländer, wir reden da genauso auch vor Ehemischer, die halt sich ihre Wohnungen sichern und mir dann eigentlich immer das Problem hin, dass vielfache Nutzung in Richtung Zeitwohnsitz kommt, weil sie genau wissen, Zeitwohnsitzwidmungen gibt es gar nicht mehr. Jetzt bei dem Projekt Alpenstolz, da sind es ja 38 Apartments, jetzt gibt es da irre viele Zahlen dazu, aber kann man das eigentlich auch beziffern, das Projekt, von was für einem Investitionsvolumen reden wir dort eigentlich, von welcher Höhe geht das, von wie vielen Millionen reden wir da bei dem Projekt eigentlich? Gut, nochmal, also für mich stellt sich die Frage eigentlich gerne nicht, weil seit ich 2000 CA angefangen habe, haben wir glücklicherweise eine sehr tolle Entwicklung, was die Übernahme von Betrieben betrifft, was die Investitionen von Betrieben betrifft, aber gerade eben solche Projekte angesprochen, auch ein Riesenproblem. Nochmal, da ist für mich nebensächlich, was da investiert wird in den Ort, für mich geht es vielmehr darum, was heißt das für die Zukunft, was heißt das für einen Ort und wie kann sich der Ort mitentwickeln. Es ist ja der Baugrund als solches endend und nochmal, die Investition ist für mich da nicht relevant, das geht rein darum um die Zukunft. Aber ist das ein Geheimnis, wie viel da investiert werden? Das ist ein Geheimnis, aber ich will keine falsche Zahlen nennen, das ist jetzt nicht der richtige Punkt, ich kann jetzt nicht genau sagen, ich habe es wirklich im Kopf, also ich müsste jetzt gerade was finden, das will ich nicht. Wenn ich das richtig nachkläre, bei dem Projekt, kann man die Apartments sechs Wochen beziehen, ist das korrekt oder wie läuft das? Die Problematik aus dem Ausser Investorenmodell sind ja eigentlich Umgehungsmodelle, wenn man es so bezeichnen will. Und es gibt vor 2017 eine Definition der Abteilung Raumplanung und Baurecht, wie lange ist man Gast und ab wann ist man Zweitwohnsitz. Und aus dem Ausser kommt die Definition, sechs Wochen im Jahr, drei Wochen am Stück, so lange kann man einen als Gast bezeichnen. Das hat aber fälschlicherweise immer wieder korrektiert, das heißt, man kann sechs Wochen quasi diese Wohnung aus der Vermietung aus der Vermietung aus der Nähe und sie selber nutzen, das ist nicht richtig. Der Eigentümer mietet sich ja quasi als Gast in seine eigene Wohnung ein. Es wird leider auch vom Bauträger vielfach falsch verwendet, dass da irgendwie der Eindruck entsteht, ich kann sechs Wochen mit der Wohnung machen, was ich will und der Rest vermietet sie. Werden Sie das irgendwie kontrollieren, wie das denn wirklich genutzt wird, dieses Projekt oder wie es sich im wahren Leben darstellen wird? Also sagen wir so, wir haben im letzten Jahr massive Kontrollen gehabt, weil die Situation, das Thema ist jetzt ein bisschen umfangreich, man muss ja davon ausgehen, das funktioniert ja nur mit der gewerblichen Vermietung. Im letzten Jahr zum Beispiel, wir haben ja gewusst, keine gewerbliche Vermietung, also war jegliche Nutzung eine Zweitwohnsitznutzung. Jetzt natürlich im normalen Winter werden wir es halt vor allem über die Gästetaxen und Tourismusbeitragskontrollen auszufinden müssen. Aber es ist richtig, es ist für die Gemeinden äußerst schwierig und das ist ja auch ein Ansatzpunkt an das Land. Wir brauchen Unterstützung, solche Projekte zu kontrollieren. Weil einfach wir, wir sind natürlich klein im Monat, wir sind klein strukturiert und man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist bei über 100 Apartments, diese zu kontrollieren. – Hello. Vielen Dank.